hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's play minecraft und geht in dieser folge weiter und zwar werde ich jetzt ein stückchen was aufnehmen und werde schön einmal die genau werde einmal hier schön den braum erst mal abbauen und werde diese folge auch guck mal eine melone wie gut ist das werde 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 essen erst mal was trinken glaube ich erst mal was trinken und eben herzucker abbauen sagen wir trinken ist gesund ich bitte in dieser folge also diese aufnahme session bisschen länger dauern und wird es einfach schneiden ohne dass ich die ganze zeit moderation noch weil das frisst doch ein bisschen zeit da gucken wie weit mehr so kommen ich glaube ich mache trotzdem zwischendurch meine timelapse weil das wird sich ja auch anbieten ja 45 eisen wie cool ist das denn wie cool ist denn das wenn rund 40 eisen um so da kann ich ja mal zwei blöcke bauen wunderbar hauptsache es geht weiter würde ich sagen ja und bisschen an pflanzen natürlich auch wieder damit das wachsen kann und was mache ich als nächstes natürlich brauche ich ja auch dass man ein bisschen mehr laufen kann weil weil das nervt ja übelst und ein sand da komme ich gleich auch zu werde ich gleich einmal schön einen satz schmelzen mit meinem stein schön auch guck mal her bloke 1 da habe ich mich gerade gewundert und da bin ich mal gespannt wie viel von dem bambus kriegt man so raus normal müsste man da unten schienensysteme haben aber gut das ist ja gerade am anfang es kommt ja alles noch kommt alles noch kommt weil das die automatischen sachen die kommen später noch noch nichts gewachsen schade weil mit essen wird es echt knapp so langsam was haben wir auch genug ja so mehr wie genug bambus da habe ich noch ein stack genau die schmeiße ich einfach mal da rein dass die weg sind und machen wir mal einen sand der brauche man auch übrigens vier bambus für um ein item zu schmelzen und dann guck mal was mache ich als nächstes ich warte natürlich bis es geschmolzen ist weil ich habe ja sonst nichts zu tun und da ist das erste glas fertig und dann schmeißen wir das erste glas irgendwo hin und ja perfekt und so wird es auf jeden fall irgendwann mal werden auch wenn es vielleicht erst in folge 30 ist oder 40 und ja wechsel war ja sehr gut sehr gut sehr gut werkzeug sehr gut und das meinte holz ach ich mach bot weil ich ja also ja wir machen uns mal auf der weg glaube ich und so und ihre achten nach links heraus ich würde sagen ja es ist nämlich ganz schön ja eigentlich wir fahren mal ein bisschen rum und gucken einfach mal so was mir so finden und wenn mir die tierchen wieder haben dann sehen wir uns gleich wieder da Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020